Gérard Bellé, ich möchte jetzt alle Referenten der ersten Runde aufs Podium bitten, damit wir auch noch eine Diskussion haben können. Ja, Sie können sich schon mal Fragen und Kommentare überlegen. Wenn Leute etwas auf Englisch, also englischsprachige Gäste, können sich selbstverständlich auch an der Diskussion beteiligen, wenn sie da einen Beitrag leisten wollen, können sie einfach reden. Wir haben ja die Simultanübersetzung, also wer dann Probleme hat, das zu verstehen, der kann sich ja noch ein Übersetzungsgerät besorgen. Ich habe jetzt zunächst eine Frage an Gérard Bellé. Ich habe jetzt aus der Präsentation noch nicht verstanden, ob Ihr System einladen ist oder ob Sie versuchen, ein System aus mehreren Vertriebsstellen zu organisieren. Also, dass sich sozusagen ein richtiger Kreislauf ergibt dieser Flaschen oder gehen die immer nur in ein Laden hin und zurück? Also, ich hatte das vom Ansatz her eigentlich so verstanden, dass es ein verbundenes Mehrwegsystem ist. Actually, yeah, it is a connected, reusable system, but there is no one way to do it, because every municipality or every area is different, and we need to really focus on how to handle it properly in this area. You will do it very differently in the Alps than in Paris, because people have much more space, and the concentration of people is very different, so there is no one answer to this. Either the bottle washer is in the shop, if they have the space and the wish to clean themselves the bottle, so there is no travel at all for the bottles, or we have a mutualized plant somewhere nearby, or we can have a mutualized logistic system that goes up to the logistic center of a big supermarket chain. So, the bottle can travel more, but in a more efficient way. That's the key is, again, the logistic. So, there is no single way. Now, me, I'm providing a solution to a store. I'm trying to help him do something with the proper regulation, with the proper hygiene, with the proper extra extra. You know probably, that in Germany there is a Pfandsystem for flasches, at least for plastic flasches, at least for glass. From your perspective, would there be a Mehrweg system, also, a Mehrweg is in Germany not so stark developed, would that be better, or is that Pfandsystem massen-tauglicher? So, you talk about the difference between the plastic and the glass one, mostly. The thing is, first of all, it's great to have a deposit on plastic, because if you don't have a deposit on plastic, you make a huge competition to glass, because it's very practical for people to not have this deposit if you have a deposit on something else. In France, we don't have the deposit, so all the sodas and all the water is on plastic bottles, when most of your sodas and juice and et cetera, you can find them a lot in glass still. And because glass is washable, now, I would go for a deposit to reuse first, but then after having a deposit system on something that can be recycled, I think it's good to not compromise a system with deposit to reuse. Also, wenn Sie jetzt schon an dieser Stelle Fragen haben, bitte ich um Handzeichen, also Sie können jederzeit loslegen, da sind zwei Fragen. Ich glaube, wir können, ja, wir haben ein Saalmikro. Ich möchte auch eine Frage an Gerard stellen. Kannst du ein bisschen vom System bei der Supermarktketten was sagen? Wie funktioniert das bei BioCoop? Ob das ein externes Reinigungssystem oder wie ist das zu verstehen? Kleinen Moment. Ihre Frage war auch an Gerard. Ja, ich meine, die Dame daneben, war Ihre Frage auch an Gerard? Nein, meine ist eine. So, for BioCoop, I have the two solutions. Sometimes I do externalized washing system. In that case, I'm selling myself as a provider of stock of bottles. I'm selling them stock management. That means I will deliver them the proper stock they need for the week and I will collect them there at 31. I don't sell them a washing system in itself. Or I will sell a system to wash the bottle in the store. So, there is a two. Because BioCoop is a little different. They're all independent, finally. Now we are discussing with a major food chain to see how we can implement a bottle washer just next to their logistics center. Because their trucks are going in the shops and they are coming back to the logistics center and they have a lot of space to come up. So it won't be difficult for them. It won't be expensive. So that's how we can have something a little scalloped. And it is cheaper because we associate it with bulk and thanks to bulk we can have a cheaper price. We are for the wine around 15-20% cheaper, for the vinegar 30% and for the oil between 8% and 10% cheaper at the same margin level because then for prices, I mean, you can find everything in price because the margin level or a lot of price implications in some places. It is cheaper because we use the price reduction of the bulk to be able to pay a fee for the bottle management. It could be even cheaper if people just bring back their bottle and reuse them. But then you have a lack of efficiency. I mean, it's not practical. People need to think always about their bottle. They need to be sure their bottle is empty, etc., etc. And you have a problem of hygiene and regulation. Daneben, Direkta. Eva Leonhardt, Stiftung Initiative Mehrweg. Ich habe eine Anmerkung und eine Frage. Das eine bezieht sich auf das Thema Pfandflaschen. Da bitte ich einfach um Präzisierung, weil man merkt, wie schnell es durcheinander geht. Und Verbraucher sagen, ja, es ist doch jetzt alles Pfand, also es ist alles Mehrweg. Und ja, sprechen wir jetzt über Plastik, sprechen wir jetzt über Glas. Und zu sagen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es gibt Einwegpfand und es gibt Mehrwegpfand. Und Mehrweg hat natürlich auch ein Pfand, damit sie zurückkommen. Und dadurch, dass Deutschland ein Einwegpfand hat, ist die Konfusion groß. Und man sagt so, das ist jetzt die Pfandflasche. Dabei geht es darum, es bleibt eine wieder nur einmal befüllte Flasche, die halt jetzt mit Pfand belegt ist, damit sie zurückkommt. Und wenn es Knautsch macht hinterher, wenn man sie zurückgibt, dann war es eine Einwegflasche. Und wenn es nicht Knautsch macht, sondern man hört, es rattert nur ein bisschen, dann war es eine Mehrwegflasche. Und das einfach nochmal zur Klarstellung, weil es jetzt vorhin auch durcheinander ging mit der Frage. Das, was mich interessiert, auch zum einen an Benjamin Bongart die Frage, zum anderen aber auch an die Zero-Waste-Experten. Wir sprechen über Kreislaufwirtschaft. Wir haben ein Kreislaufwirtschaftsgesetz, aber das Kreislaufwirtschaftsgesetz hat als Definitionsbereich explizit nur den Bereich, alles, was erstmal zu Müll abgegeben wurde. Das heißt, nach wie vor ist es ein Müll- und Recycling-Gesetz. Das heißt, wir reden zwar über Kreislaufwirtschaft, aber wir haben nach wie vor ein Abfallgesetz und reden dann über Eco-Design, was da überhaupt nicht reingehört. Das heißt, alle Maßnahmen zur Abfallvermeidung sind eigentlich weit davor. Also die sind nicht im Bereich dieses Gesetzes, das Recyclingquoten regelt. Und ich denke, da sind wir an so einem Logik-Dilemma insgesamt, zu sagen, wir haben hier eine Abfall-Hierarchie, die etwas regelt, was überhaupt nicht in den Bereich dieses Gesetzes fällt, weil Abfallvermeidung passiert davor. Das heißt, daran sieht man die Halbherzigkeit dessen, wie damit umgegangen wird. Das heißt, wir nennen es Kreislaufwirtschaft, wir meinen aber damit Recycling und Reduktion irgendwo am Ende. Und die Frage, ist es wirklich hier der richtige Ort, wenn wir über Abfallvermeidung reden? Oder gibt es nicht darum, europäisch oder auch national neue Strategien und auch neue Rahmen zu finden, in denen wir das adressieren und auch quantifizieren, was eigentlich gar nicht zum Müll gehört, aber eben dort über Vermeidung spricht? Danke. So, jetzt hört man mich. Ja, klar, das klang ja schon in der Frage implizit an. Letztendlich, die Abfallgesetzgebung ist ja in Deutschland nur dafür zuständig, was Abfall ist, wird geregelt und zum guten Ton gehört eben dazu, dass vermieden wird. Womit ich mich schwer tue, ist jetzt ein komplett neues Konzept zu fordern. Ich glaube, wir haben ja gute Beispiele gesehen auf den Folien, wo man sehen kann, es kann regionale Lösungen gut geben. Und was man aber braucht, natürlich auf so einer übergeordneten Ebene, ist das Vermeidungsziel. Also wenn man jetzt das Vermeidungsziel beim Food Waste irgendwie nehmen würde, das wäre das eine, das andere. Man könnte das auf Sperrmüll übertragen, man könnte das auf gewerbeliche Abfälle übertragen oder Ähnliches. Man braucht schon das Ziel. Wenn man das Ziel einführt politisch, hat man nachher die Gegenstimmen, die sagen, es bringt Ihnen kein Ziel, ohne dass Sie es nicht a. messen und b. sanktionieren können. Deshalb braucht es aber auch die Überzeugung. Und das Problem beim Abfall ist, dass es ja immer lokal umgesetzt werden muss. Und von daher stellt sich dann die Frage, wenn es das bundesweit oder EU-weit ein entsprechendes Ziel gibt, dann muss es auch das Konzept dazu geben, dieses lokal umzusetzen. Und dann sind wir ein bisschen bei der Krux, was heute so ein bisschen rauskam in den Vorträgen, wie ich fand, nämlich die lokalen kleinen Initiativen, die können immer und dann irgendwie, Herr Renz, scheitern sie an den großen Ketten, also am Massenmarkt. Das sind ja sozusagen die kleinen, bemühten Leute, die sich irgendwie was vornehmen und das dann einführen. Und nur, wenn die so groß werden, dass sie dann auch überzeugen und den Massenmarkt eben knacken können, meistens mit altbewährten Rezepten, die es zu Omas Zeiten mal gab, dann wird ein Schuh draus. Ja, vielen Dank. Ich würde die Frage auch gerne noch an Enzo Favuino weitergeben und noch ergänzen. Um die Frage, also Zero Waste, dieser Ansatz scheint ja so ein bisschen als Philosophie zu haben, dass man über die bessere Trennung, also die immer bessere Trennung von Müll dann auch zur Vermeidung kommt. Also das haben Sie ja so ein bisschen in den Folien auch gezeigt, dass also das erstmal wird besser getrennt und dann wird auch vermieden. Aber wenn man sich Deutschland anguckt, dann ist das ja nicht unbedingt der Fall. Wie kommt man von so einem Ansatz tatsächlich zur Vermeidung? Wie kommt man von so einem Ansatz tatsächlich an? Wie kommt man von so einem Ansatz tatsächlich an? Ja. However, at Zero Waste Europe, we work both ways, top-down and bottom-up. Top-down, because we want to make it possible through an appropriate regulatory framework. Bottom-up, because we want to make it happen, implementing the strategies on the ground. And I've been working 25 years, since I was 10 years old, so you can calculate my age, 25 years in designing separate collection systems, working on waste prevention, preventing nappies, implementing pay-as-it-throw, whatever goes towards minimization of disposal. Because this is the true spirit of Zero Waste. Minimizing what is discarded and what is not subject to recovery of value in any form. However, this is why I specified, as long as we don't have any material recovery target, which is the most appalling part in the new package on circular economy. No, I'm sorry, no waste prevention target. That's the most appalling part. The only way to measure performances is the minimized amount of waste which goes to disposal because it plans the efforts on separate collection and on waste reduction. Actually, I didn't say that separate collection starts first and then it triggers also waste reduction. I said that once you have got the efforts on separate collection, there is also an increased focus on the importance of waste prevention because once you get to 70%, you puzzle yourself with the further efforts in order to go towards the zero, to go further up and move up the hierarchy. But normally, the good efforts on waste prevention, they start concurrently with separate collection. What we normally do when we implement curbside systems, collection at the doorstep in order to have an aggressive separate collection, we also promote sustainable event management, we also promote water from the top, we also promote, above all, home composting. I think you know that the room in the house that produces most waste is the garden. But whenever we have got garden waste, we have got a garden where it may be composted. And so it doesn't make any sense to forget about the importance of home composting. So we work concurrently on all the levels, but the most important is as long as we don't have any waste prevention target in European legislation or in national legislation, the best way to measure performance is minimize the amounts of residual waste sent to disposal in kilograms per in-updening year. Hope this makes it clear. Yeah, we were talking here with my friend about the tap water. Usually I drink just tap water and I don't use any plastic bottle. So, but when I went to Barcelona, the water from the tap, it's full of chlor, so it's, I cannot drink it. So we were searching for alternatives with my mom and we bought the filter for the, for the tap, yeah, right? And this, my friend here, she's from Istanbul and she also said that it's not drinkable, the water from the tap. So what are the solutions or are the, these filters that you have to change every three months or something like that are a good alternative or there are other alternatives that are better or what's the solution for this case? Who can, for you, okay. We say whenever possible. Of course, we want to prevent such problems from, from occurring, of course. And probably the water there is polluted because there was an old landfill site which was not in line with the European Landfill Directive, the obligation on pretreatment, the 30 years of financial liability of the landfill owner and so on and so forth. This is what we want to avoid. So we want to keep the water clean whenever possible. And when it's dirty, we want to make it clean once again, of course. Yeah, as long as it's not made clean at the source, yeah, that might be a solution. But that's plan B. It's plan B. Plan A is to keep the water clean. What about the chlorine? Because in Barcelona, the water is clean, but it has a lot of chlorine inside. Yeah, that's bad practice in the management of the water supply. And, well, they even use fluoride in the United States. And we are fighting the use of fluoride in the United States. Because, yeah, they say to make the teeth whiter. Apparently, if you keep your water bottle open in the fridge, the chlorine will evaporate. And, well, it's not that. But, well, it's not that. Gibt es weitere Fragen oder Anmerkungen? Bitte. Danke. Ja, mir fällt in der gesamten Betrachtung ein Stück weit, wir lösen, wir, die, alle Systeme oder alle Vorträge sind im Grunde darauf angelegt, die Probleme zu lösen, die entstanden sind durch die Diversifizierung in der kunststoffherstellenden Industrie oder auch in der lebensmittelerzeugenden Industrie. Und wir jetzt als Verbraucher, wir haben diese Initiative, wir wollen was machen, wir wollen das verhindern, wir wollen das ändern. Aber mir fällt jetzt irgendwo der Ansatz, also Flavio hat das schon gesagt, ein Stück weit, wie kann es gelingen, die lebensmittelerzeugende Industrie, die Verpackungsindustrie dazu zu zwingen, die Diversifizierung und den Wahnsinn an Verpackungsmüll zu reduzieren, zu strukturieren, zu organisieren, zu standardisieren, damit es eben auch erfassbar bleibt. Wir haben ja auch ein großes Problem mit Erfassung, wenn man bei Bierflaschen denkt heute, dass die wieder in das System integriert werden können und wieder genutzt werden können. Und dafür fehlen mir die politischen Ansätze, Druck zu machen, politischen Druck zu machen auf diesen großen, großen, sehr starken Bereich. Ja, also prinzipiell haben Sie natürlich den Finger in die Wunde gelegt. Letztendlich muss man sich immer bewusst machen in dieser ganzen Debatte, wenn man über Verpackungsabfälle spricht, sind wir als Verbraucher eigentlich die falschen Adressaten. Das sieht man nämlich daran, dass es so wenig Beispiele gibt. Also Pfandsysteme bei den Flaschen, Pfandsysteme bei den Gemüsekisten, hatten wir heute auch schon mal informell irgendwo, ist schon gar nicht mehr Verbrauchersache. Pfandsysteme bei Tragetaschen oder ähnliches und dann hört es auch schon auf, weil eben alles schon abgepackt ist. Das ist alles furchtbar effizient, deshalb ist es furchtbar günstig. Deshalb geht diese Weisheit nicht auf, dass wir an der Kasse abstimmen, weil wir kaufen ja das Produkt und nicht die Verpackung. Das muss man sich immer vor Augen führen und es ist immer besser, das umweltfreundlichere Produkt zu kaufen, als das umweltfreundlich verpackte Produkt, was aber innen drin vielleicht gar nicht so umweltfreundlich ist. Deshalb muss man da auf den Füßen bleiben mit seinem Elan. Der politische Druck ist am größten tatsächlich, wenn man den Herstellern schreibt und das Problem adressiert. Das funktioniert bei einem großen Umweltverband, bei einer Partei und bei einem Geschäft eben genauso, weil diese konkreten Stimmen, die werden gehört, ausgewertet und wenn sich das mehrt, dann wird darüber nachgedacht, oh da gibt es eine Kundengruppe, die möchte da offensichtlich was bewegen. Das ist nicht der große Wurf, der entsteht dann eben nur im Konzert, dass eben die Kommunalpolitik sich zu etwas committet und dass eben die Bundes- oder EU-Politik eben das Ganze nicht unmöglich macht, indem sie nämlich die Ziele auslobt, auf die man sich dann beziehen kann. Und es ist leider ein sehr schwieriges Thema, aber letztendlich ist es gemeinschaftliches Nutzen, Verpackungen vermeiden und sich hörbar machen bei Herstellern und Handel. Und tatsächlich ist aus meiner Sicht der Einzelhandel tatsächlich die härteste Nuss zu knacken. Also weil da geht alles nur über den Preis und wir alle sind da nur der dumme Kunde, der es nicht will. Und das muss man dem Handel, diesen Zahn muss man ihm ziehen und das ist ein langer Weg. Ja, ich würde da gerne nochmal die Frage anschließen. Ja, was müsste denn passieren, damit Abfallvermeidung tatsächlich verbindlicher wird, gesetzlich geregelt beispielsweise? Also was müsste dafür passieren aus Ihrer Sicht? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, diese Oberziele auf einer nationalen und auf einer EU-Ebene sind auf jeden Fall notwendig. Die Abfallvermeidung hat es deshalb so schwer, weil sie ja etwas, was man vermeidet, kann man schlecht messen. Die Kehrseite der Münze heißt Ressourcenschonung oder Ressourceneffizienz und im Endeffekt kann man ja nur messen, was man pro Kopf weniger verbraucht. Oder wenn man in der Volkswirtschaft denkt, was die Volkswirtschaft insgesamt an Produkten, die irgendwann mal zu Abfall werden, je nachdem, bleiben sie länger oder kürzer im volkswirtschaftlichen System, imitiert. Dann ist man aber ganz schnell in einer Postwachstumsdiskussion, weil man da eben auch an diese Grenzen heranstößt. Das wird schwierig. Die Abfallecke hat es deshalb relativ einfach anzudocken, weil das Argument, ich weiß nicht mehr in welchem Vortrag es kam, ich glaube in deinem, die Abfallsammlung kostet natürlich Geld. Und derjenige, der dieses Geld einsparen kann, der hat einen Vorteil davon, wenn er Abfallvermeidung richtig durchzieht. Und diese regionalen Lösungen, also in der Stadt ist es anders als auf dem Land, in Großwohnanlagen ist es anders als bei privaten Häusern, die funktionieren eben nicht, wenn man eine Hauptlösung national oben aufstülpt. Und das ist so ein bisschen das Schwierige, da den Mittelweg zu finden. Den schafft man, glaube ich, nur, wenn man diesen Kulturwandel hinkriegt. Und deshalb finde ich eigentlich diese Veranstaltung ganz gut, die diese positiven Beispiele für den Kulturwandel innerhalb der Bevölkerung darstellt. Und von denen man dann saugen kann und sagen kann, das ist doch auch marktfähig. Da kommen dann andere Gründer, die das dann da in neue Nischen stoßen. Ja, vielen Dank. Ich habe Ihre Wortmeldung gesehen. Ich würde jetzt gerne noch kurz Herrn Renz fragen. Stichwort diejenigen, also Abfallsammlung kostet Geld. In Ihrem Beispiel kam ja auch vor, dass auch die Abfallwirtschaft Vorteile von ihrem System hat, weil sie eine bessere Qualität des Bioabfalls bekommt. Sehen Sie da einen Ansatzpunkt für Kooperation mit der Abfallwirtschaft auch in anderen Kommunen? Ja, durchaus. Es geht also nicht nur um die Qualität. Ganz sicher, das ist die eine Seite des Biomülls. Es geht auch um die Menge. Weil das meiste in vielen Haushalten wandern die Bioabfälle eben in den Restmüll. Bei uns im Landkreis Böblingen haben wir eine Restmüllverbrennungsanlage und dann wird es verbrennt. Es wird einmal verwertet. Bei uns noch eines positiv, dass daraus für 70.000 Haushalte um Böblingen herum Strom gewonnen wird über ein Blockheizkraftwerk. Aber das macht eben deutlich, dass es diese zwei Komponenten sind. Und wenn man weiß, wie lange unser Humus, unsere Schicht auf der Erde, auf der Pflanzen wachsen können und Nahrungsmittel gewonnen werden können, wenn man weiß, wie lange diese Schicht im Verlauf der Geschichte auf diesem Planeten gebraucht hat, dann wird einem klar, dass man eben daraus nicht immer schöpfen kann, herausziehen kann, Stoffe herausziehen kann. Und dann wird einem klar, dass das eine wichtige Ressource ist, die wir weiterhin brauchen. Darf ich gleich vielleicht noch die Gelegenheit nützen? Ich möchte noch an Herrn Bongart auf seine Bemerkung antworten, dass es ja bei den großen Märkten dann schwierig wird, mit diesem Konzept, das wir haben, da zum Erfolg zu kommen. Also wir haben da durchaus so ein bisschen ein Bewusstsein wie Asterix gegen die Römer. Also wir geben den Kampf noch nicht auf. Wir setzen vor allem auch bei Rewe an. Es war der einzige Markt, der uns dann nach einer wiederholten Anfrage geantwortet hat. Und dort ist dann auch mitgeteilt worden im Juni dieses Jahres, ja, jetzt bekommt die Expertin in der Marketingabteilung unsere Informationen und sie wird uns dann antworten und wird auf unsere Wünsche, das Tüdle oder was entsprechendes einzuführen bei Rewe, wird uns antworten. Das war dann im Juni dieses Jahres die letzte Antwort, die wir von Rewe bekommen haben. Die haben natürlich Angst, die können mit ihrer großen Plastiktüte Geld verdienen. Und das Tüdle ist natürlich teurer, da gibt es keine entsprechende Gewinnspanne. Und deshalb wollen die da nicht ran und dann fürchten sie den Domino-Effekt. Ja, dass dann eben nicht nur, wenn sie das beim Rewe-Markt in Holzgerlingen einführen würden, keine Plastiktüten mehr an der Kasse, dann könnten ja auch andere Kommunen das verlangen. Das ist der Punkt. Ja, das wäre ja auch schön. Das ist ja eigentlich der Effekt, den wir gerne wollen. Ich habe da vorne eine Wortmeldung gesehen und da. Hallo, Ina Tesno von Visocki von der Freien Universität. Ich wollte gerne nochmal ansprechen auf die Bildung. Also inwieweit ist es wichtig, von klein auf zu lernen, also dieses Bewusstsein zu stärken in der Schule, in der Grundschule vielleicht schon. Und wie ist dieses Bewusstsein ausgebildet in anderen Ländern? Also wir haben jetzt hier Gäste aus Frankreich und Italien. Vielleicht, dass man mal ein bisschen so vergleichert und auch inwiefern es realistisch ist, im Bildungssystem das einzuführen, dass man über Recycling oder auch Precycling aufgeklärt wird. Ich würde gerne die Frage noch dazu nehmen. Joachim Betzel vom Projekt am Kompostkreis. Ich hätte eine Hausaufgabe für uns alle. Wir waren letzte Woche im Müllheizkraftwerk Ruhleben. Fragen Sie mal, wie viel Prozent Fehlwürfe dort anlanden. Letzte Woche waren es 80 Prozent. Vielleicht ist es in fünf Jahren nur noch 50 Prozent. Wir finanzieren diese Fehlwürfe durch die teuerste mögliche Tonne, die schwarze Tonne. Das ist natürlich das Geschäftsmodell der BSR. Wir haben dann als Antwort bekommen, das kommt ja uns allen zugute. So als Denkanstoß. 30 Prozent sind kompostierbare Sachen, müsste man auch nicht durch die Gegend fahren. Diese Anleihe kostet im Jahr 50 Millionen Euro, nur für die Verbrennung. Die Anlieferung ist noch nicht eingerechnet. Also wir könnten 40 Millionen sparen, einfach indem wir die vorhandenen Trennungssysteme nutzen. So viel zur guten Trennung. Wir haben die Systeme, aber wir nutzen sie in Berlin nicht. Ich finde es immer schön, auf die lokale Ebene zu schauen und sich die Zahlen anzuschauen und uns zu fragen, macht das Sinn oder macht das nicht Sinn und kommt es uns zu gut. Ja, danke. Ich würde gerne unsere ausländischen Gäste bitten, zu der Bewusstseinsfragestellung zu nehmen. Und ich nehme an, dass Enzo Favuino gerne noch was zur Trennung des Biomüllsagen möchte. Vielen Dank. Und dann haben wir die Systeme und sie, seit 15 Jahren, in der Wurzigen, in der Wurzigen. Und dann haben wir ihre eigenen Produkte, etc. Und das zeigt, wie ein Markt kann sich bereitstellen. Es nimmt viel Zeit für die Konsumers. Es nimmt viel Zeit für die Marketing, zu replyen zu den Fragen, wie wir die Marketing können in den Vorteilen, wie wir die Vorteile und in der Wurzigen, in der Wurzigen, in der Wurzigen, friendly products that are not necessarily more expensive because the past 10 years was mostly it's very environmental friendly so it can be a little more expensive etc the message here if we want to impact the mass it's not the good one so I guess we also in France have these habits to go to the market on the weekends to buy our foods and those people go with their kids and so select their fruit on the market and they go very easily to specialised shops to make their groceries so I guess it's the entire culture and the education in that way after for school education I'm not the specialist well I would say that as a four times father I might be a specialist in education of pupils no anyway that's incredibly important that we say it's the fuel in the engine but the most important is also the engine so it's the type of the system we provide people with because once again I have to remark it's the context which produces the behaviour and it's remarkably the first packaging free shops in Italy were born in those municipalities where a zero waste program was adopted because there was first of all a psychological driver for the consumer for the customers and at the later stage that was also an economic driver because with the implementation of the pay as you throw schemes the customers were opting for those those options which were producing less waste in order to pay less with their residual waste management. however if I can make two very short remarks first of all on the issue of the paper bags or the biodegradable bags we tend to use both in Italy biodegradable bags or paper bags both are compostable and they have been incredibly important in order to maximize the efficacy of the organics management system. when I was here a couple of years ago I asked the audience do you know how many organics are still in your restaurant file and the audience replied that to feel to feel too much it's normally 30% food waste in your residual waste it's not the European record because in the Netherlands they have got 43% but in those situations where they use a paper bag or a biodegradable bag it tends to go down to 15% to go down to 15% or 10% less and less and that's incredibly important because you can reduce the collection frequency for residual waste and so you can exert a further driving effect for better separation of paper glass plastics and metals because management of residual waste will become less comfortable for the people of course but you can only do that once the capture of organics is very high because the organics stink of course and the last one is how can we fight the giants how can we fight the giants yeah that's the problem that's the main problem however I'm very very confident because yeah we should have the EPR schemes but the EPR schemes they were established in order to drive the best systems for the management of packaging waste but then we know the packaging industry has got such a huge amount of money that they can drive also the worst the situations and we know 40% of plastics after separate collection are going to incineration everywhere in Europe however what makes me confident is that with the establishment of zero waste local schemes we are disclosing the mistakes we are creating an identity for the communities we are opening the bags of residual waste and we are doing what we call name and shame because we say that's what is left in residual waste this is not working and we sent a letter first of all to the producers will you take on the responsibility if they don't reply within a week we send the next letter to the newspapers because we get to 90% so there's no other way either they take on the responsibility or they are not cooperating towards perfection and that's it Ja vielen Dank abschließend Benjamin Bongard zum Bioabfall in Deutschland Ja eine generelle Anmerkung zum Bioabfall in Deutschland immer da wo viele Menschen aufeinander wohnen zum Beispiel in Städten macht Home Composting also sprich im Garten keinen Sinn und deshalb ist es auch richtig dass der getrennt gesammelt wird und wie zum Beispiel in Berlin die Biogasanlage gefahren wird das ist ein prima Projekt ja das ist also schon richtig das möchte ich nur festhalten dass das regional sehr unterschiedlich sein kann und auch in Regionen wo Komposthaufen existieren könnten kann getrennt Sammlung in Tonnen durchaus sinnvoll sein das wollte ich nur noch mal für die deutsche Situation sozusagen festgehalten haben die beiden Fragen wollte ich noch mal kurz zusammenbringen im Endeffekt geht es gar nicht um die Schulbildung oder die universitäre Bildung natürlich geht es darum aber eigentlich geht es ja um die um die Gewöhnung um den Inhabitus den man hat wie man umgeht mit Dingen das muss man einmal einführen und die Einführung geht auch über Schulen über das Bildungssystem aber es geht eigentlich über die Abfallberatung nennt man das in Deutschland wie man mit den Abfällen umgeht und dann hat man nicht mehr so viele Fehlwürfe wenn das entsprechend beraten ist im Schwabenland in Deutschland verhält man sich da besser als in Berlin und das muss aber nicht überall generell so ein Nord-Süd-Gefälle sein oder so also da geht es darum an dieser Schraube zu stellen das heißt es bringt nichts eine Getrennsammlung einzuführen ohne die Kontinuierlich und immer fortwährend nicht nur am Anfang entsprechend öffentlich zu stützen und zu promoten und das schaffe ich eben nur wenn ich das gleichzeitig auch als Thema am Köcheln halte und dieses Köcheln das brauche ich die Argumentation zum Bioabfall in Papiertüten sammeln wenn das den Bioabfall steigert dann ist es gut prinzipiell muss man aber auch möchte ich festhalten dass niemand hier aus der Veranstaltung rausgeht und sagt eine Papiertüte ist umweltfreundlicher als eine Plastiktüte denken Sie an den Zellstoff der irgendwann mal geholzt wird dann gekocht wird wahnsinnig energieintensiv und chemieintensiv erstmal der Holzstoff vom Zellstoff getrennt wird das ist eine schmutzige Industrie keine Frage man kann das recyceln aber wenn es end of pipe dann nachher in die Mülltonne geht ist es unwiederbringlich weg genau wie in der Müllverbrennungsanlage also da muss man eben immer die Kirche im Dorf lassen und sagen okay es gibt für die und die Sache die richtige Lösung aber es ist doch schwieriger als man denkt Ja herzlichen Dank ich würde eigentlich gerne an dieser Stelle diese Runde schließen angesichts der fortgeschrittenen Zeit ich danke für die tollen Beispiele aus den Kommunen für die interessante Diskussion Wir gehen jetzt in eine viertelstündige Pause und machen dann anschließend weiter mit Abfallvermeidung in Handel und Unternehmen das wird dann moderiert von Emily Florenkowski ja und dann sage ich bis gleich vielen Dank an die Referenten